Ich lerne Deutsch. Nummer 4008 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hast du dein System gesichert? Hast du dein System gesichert? Es ist so schön, nach der langen Zeit im Ausland endlich wieder bei dir zu sein. Versteht ihr nicht, dass ich Angst vor einer plastischen Operation habe? Versteht ihr nicht, dass ich Angst vor einer plastischen Operation habe? In diesen Kisten sammeln wir den kleineren Strandgutabfall. In diesen Kisten sammeln wir den kleineren Strandgutabfall. Ich mache viele Arbeiten auf der Baustelle und kann auch mit der Wasserwaage umgehen. Ich mache viele Arbeiten auf der Baustelle und kann auch mit der Wasserwaage umgehen. Ich laufe nicht nur Marathon, sondern trainiere meine Muskeln auch in anderen Sportarten. Ich laufe nicht nur Marathon, sondern trainiere meine Muskeln auch in anderen Sportarten. Als Reporterin bin ich jeden Tag woanders und kann meine Arbeit auch im Hotel oder im Kaffee machen. Als Reporterin bin ich jeden Tag woanders und kann meine Arbeit auch im Hotel oder im Kaffee machen. Ich kann das ständige Babyschreien nicht mehr ertragen. Dieses Bild kannst du für ein Passfoto nicht verwenden. Man muss beide Ohren sehen. Dieses Bild kannst du für ein Passfoto nicht verwenden. Man muss beide Ohren sehen. In wenigen Minuten werde ich den Teilnehmern meine Sicht der Dinge darlegen. Sie werden erstaunt sein. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich schlage vor, dass wir die Wärmepumpe auf der Südseite des Hauses planen. Das ist wirtschaftlicher. Wir haben das perfekte Leben und die gleichen Vorlieben für Arbeit und Freizeit. Wir haben das perfekte Leben und die gleichen Vorlieben für Arbeit und Freizeit. Die Zutaten für mein Frühstück wiege ich einzeln ab. Die Zutaten für mein Frühstück wiege ich einzeln ab. Die Ballaststoffe im Müsli tun meinem Körper gut. Ich brauche einen Anwalt. Morgen muss ich vor Gericht erscheinen. Dürfen wir dieses Foto als Titelbild für unsere Zeitschrift verwenden? Dürfen wir dieses Foto als Titelbild für unsere Zeitschrift verwenden? Ist der Fotograf einverstanden? Melanie trägt Kopfhörer und bereitet in einer Schüssel einen Salat zu. Melanie trägt Kopfhörer und bereitet in einer Schüssel einen Salat zu. Ihr Vater beobachtet sie im Hintergrund. Ich habe jetzt Mittagspause. Ich bin in 20 Minuten bei dir. Endlich ist es soweit. Wir freuen uns gemeinsam über den positiven Schwangerschaftstest. Ich habe den Sieg knapp verpasst und freue mich über die Silbermedaille. Ich habe den Sieg knapp verpasst und freue mich über die Silbermedaille. Ich will nicht, dass du auch nur einen einzigen Schritt näher kommst. Im Auto nutze ich mein Handy für die Navigation. Im Auto nutze ich mein Handy für die Navigation. Stör mich jetzt nicht. Ich muss konzentriert arbeiten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe den Sieg knapp verpasst. Ich habe den Sieg knapp verpasst. Vielen Dank.